Kommen Sie jetzt. Zwölfmal waren die beiden Sieger in schweren Dressurprüfungen. Der Reiter bereits zweimal bei Olympischen Spielen. Für Österreich am Start. In Athen und in Sydney. Dreimal bei Weltmeisterschaften, etliche Male Europameisterschaftsteilnehmer. Hier ist er mit dem neunjährigen Oldenburger Wallach Salgado von Stediga Mal de Niro. Vom Reitsportzentrum Pannonia im Burgenland. Meine Damen und Herren, bei uns in der Arena Nova. Peter Gmoser. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Künstlerisch bei